Moin Leute, Muitzi hier. Im heutigen Video habe ich mal wieder ein paar News für euch am Start. Wir haben heute nicht allzu viele interessante News, aber immerhin ein wenig. Und zwar sprechen wir heute über ein neues Spiel, mit welchem man seine Bodyswitches an Deathboxen trainieren kann, ein neuer Bug mit dem Ash Erbstück, den Golden Week Sale und zu guter Letzt neue Details zu den Teasern für Season 17. Bevor wir jetzt direkt damit starten, wollte ich nochmal ganz kurz darüber sprechen, dass aktuell immer noch knapp 64% von den Leuten unter euch, die diese Videos hier schauen, nicht abonniert haben und es mich extrem freuen würde, wenn wir diese Zahl etwas niedriger bekommen würden. Wenn ihr diese Videos hier also sowieso regelmäßig schaut und noch nicht abonniert habt, dann holt das jetzt gerne mal nach. Es würde mich wirklich extrem freuen und für euch würde es sich auf jeden Fall auch lohnen, denn hier kommt so gut wie jeden Tag ein Video zu Apex Legends und da ist, denke ich, immer für jeden was dabei. Ansonsten geht aber auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an alle Abonnenten raus. Nun aber zu den News. Als erstes sprechen wir über ein neues Spiel, welches von einem Fan von Apex erstellt wurde und in diesem kann man quasi seine Bodyswitches üben. Man landet da dann quasi auf einer offenen Map, wo überall Deathboxen mit Schillen rumliegen. Das soll dazu dienen, da Bodyswitches halt ziemlich wichtig sein können, um sie eben zu trainieren. In Apex selbst kann man seine Bodyswitches halt nur sehr schwer trainieren, da es im Schießstand ja auch keine Deathboxen gibt. Deswegen empfinde ich dieses Spiel eigentlich als eine ziemlich gute Idee. Das Ganze ist auf Steam verfügbar, also wer mit seinen Bodyswitches nicht ganz zufrieden ist und Bock hat, es zu lernen, kann das hiermit wunderbar tun. Als nächstes geht es um einen neuen Bug, der eigentlich auch schon länger im Spiel ist, aber bisher noch relativ unbekannt ist. Und zwar hat es etwas mit dem Erbstück für Ash zu tun. Hier hört ihr jetzt einmal den Sound davon, wenn Ash ohne Erbstück geduckt läuft. Und jetzt hört ihr einmal den Sound davon, wenn Ash mit ihrem Erbstück geduckt läuft. Das ist natürlich ein riesen Unterschied, denn wenn sie ohne Erbstück geduckt läuft, hört man gar nichts, aber mit Erbstück ist es enorm laut. Wie dem auch sei, ist das definitiv ein Bug, welcher hoffentlich auch bald behoben wird, denn für Spieler, die das Erbstück haben, ist es echt überhaupt gar nicht cool. Als nächstes sprechen wir über den Golden Week Sale. Jedes Jahr Anfang Mai bekommen wir einen Golden Week Sale und somit natürlich auch wieder dieses Jahr. Und in diesem Event werden uns einige coole Skins erwarten. Darunter sind bisher drei legendäre Legendenskins für Lifeline, Walk und Pathfinder geleakt. Passend dazu gibt es für jede dieser Legenden auch einen Banner-Rahmen und Fährtenleser für Kills, Wins und Damage. Das Event wird am zweiten Mal starten und die Skins sowie auch die Rahmen und Fährtenleser werden sicherlich jeweils in einem Bundy und mit Apex Coins zu kaufen sein. Als letztes geht es nochmal um die Teaser für Season 17, bei welchen wir ja bereits wussten, dass sie bald kommen werden. Und zwar ist zu ihnen nun bekannt, was für Teaser es sein werden. Der Teaser, der am 13.04. stattfinden wird, wird etwas mit diesem Magazin hier zu tun haben. Der Teaser am 17.04. wird irgendwas mit irgendwelchen besonderen Boxen zu tun haben. Und beim letzten Teaser am 21.04. wird ein Frachtschiff im Schießstand landen, was vielleicht ähnlich wie damals beim Teaser für den Arena-Modus sein könnte, wo wir halt irgendwo hingeflogen sind. Aber gut, das waren soweit auch schon wieder alle News für heute. Aktuell gibt es leider nicht ganz so viele News, deswegen sich die News-Videos aktuell auch eher an Grenzen halten. In den nächsten Tagen oder 1-2 Wochen wird sich das aber auf jeden Fall ändern, dass sie in 17 Jahren immer näher rückt. Lasst, wenn es euch gefallen hat, aber trotzdem gerne noch eine Bewertung auf das Video da. Aber gut, ich bedanke mich fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.